Und es ist cool, wenn wir sagen, ich habe ihn entwickelt zu unserem eigenen Pölgei. Einmal haben wir hier einen Stier. Und einmal haben wir hier von einem 3H-Fleisch. Die Basis ist das Fleisch. Das probieren wir, oder? So ist er eh richtig geil. Jetzt haben wir schon das Mango. Wahnsinn! Und? Schmeckt es gut, oder? Sehr gut, ja.